Hallo Fußballfreund und herzlich willkommen zu Top oder Flop deiner Bundesliga-Wertung am 18. Spieltag hier auf Kick-Off. Und natürlich beginnen wir an diesem Samstagabend mit der Partie zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund. Und der BVB konnte sich den Firmenplatz zurückerobern, ist weiter mit dem Mannschaftsrennen aufgrund eines 5 zu 3 Erfolges in Augsburg, den sie sich sehr, sehr hart erarbeitet haben. Ganz kurz zum Spielverlauf. Augsburg gegen Führung und Flöhrer Niederlechner nach 34 Minuten und erhöhte Sekunden nach der Pause durch Marco Richter zum 2 zu 0 nach wirklich fatalen individuellen Fehlern der Dortmund, die wirklich heute im Aufbauspiel extrem schlecht waren. Aber es folgte eine schnelle Reaktion von Julian Brandt nach 49 Minuten fiel bereits das 1 zu 2. Aber Augsburg machte weiter und Niederlechner stürzte im Doppelpack nach 55 Minuten dann das 3 zu 1. Und dann kam er. Der erhoffte Neuzugang Erling Haaland schlug direkt zu. 59. Minute. Er machte den Anschlusstreffer zum 2 zu 3, wenige Sekunden nachdem er eingewechselt wurde. Dann Jadon Sanch nach 61 Minuten mit dem 3 zu 3 und danach ging dann die Haaland-Schau weiter. 72. Minute. Dortmund drehte das Spiel. 4 zu 3 durch die Norweger. 79. Minute. Der Schlusspunkt in der Partie. Das 5 zu 3 durch die Norweger. Und somit erzielt Erling Haaland in seinem ersten Spiel für Borussia Dortmund als Joker 3 Tore und rettet somit der Borussia hier und heute 3 Punkte. Frage natürlich, Top oder Flop? Und ich finde, insgesamt ist es dann schon ein Top. Natürlich hat Dortmund vor allen Dingen defensiv enorme Schwächen gezeigt. Kein extrem gutes Spiel gemacht. Augsburg hat sicherlich von der Erwartung her ein wirklich gutes Spiel gemacht und Dortmund ein schlechtes. Aber wenn man natürlich nach 3 zu 1 in der zweiten Hälfte noch so spielt und das Ding nur zu einem 5 zu 3 dreht, dann ist das eben auch verdient. Und somit sagt man dann, finde ich auch, dass es ein Top ist. Deine Meinung kannst du aber geht in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Untertitelung des ZDF, 2020